Mit dieser geilen Albany Washington-Limousine, MP. Wieso höre ich denn jetzt hier in der Karre den Polizeifunk? Höre ich den schon die ganze Zeit? Ja, ihr merkt schon, ich bin raus, so ein bisschen aus der ganzen Geschichte. Aber wir kommen da schon wieder rein. Das passt schon. Wir müssen jetzt einfach nur erstmal die Polizei abhängen. Und dann läuft der Hase schon. Heute wurde der Galileo-Beitrag von Jay ausgestrahlt. Und die waren ja bei Jay, ich weiß gar nicht, vor zwei Wochen oder so. Eine halbe Ewigkeit zu Besuch. Irgendwie so fünf, sechs Stunden haben die da gedreht. Nein! Und daraus wurde jetzt dieser Zwei-Minuten-Beitrag oder so, den die gesendet haben. Ist schon ganz witzig. Aber so arbeitet das TV nun mal. Recht übertrieben, aber nein. Hier bei YouTube sieht das ja ein bisschen anders. Wobei, die haben da auch beispielsweise Uber-Films vorgestellt. Und die haben an einem Video beispielsweise sechs Monate gearbeitet. Und das war auch noch ziemlich cool. Aber das ist schon krass. Aber nur mal für die Leute, die es verpasst haben. Galileo hat halt so einen Beitrag gemacht. Der hieß Deutschland, deine Internet-Stars oder so. Und hat sich mit sechs Menschen befasst, die auf YouTube unterwegs sind. In Deutschland. Und da war beispielsweise Alberto war dabei. Und, ähm... Oh... Und wir benannte Uber-Films. Und, ähm... Eine, eine, ähm... Beauty-Lady namens... Namens Bibi. Persönlich kann ich die jetzt nicht. Aber ich bin ja auch nicht ihre Zielgruppe. Von daher... Macht das ja nichts. Ähm... Wir halt... Der DJ der guten Laune. Und irgendjemanden hab ich jetzt dummerweise vergessen. Was mich gerade extrem ärgeriert. Scheiße. Doch, ich weiß es wieder. Aber ich hab den Namen vergessen. Der macht so witzige... Der macht so total witzige Videos, wo er... Wo er Tieren quasi... Wo er Tiervideos und so... Und Kinofilme und so vertont. So nachsynchronisiert. Der ist total witzig. Ja, mag geil. Und was soll ich jetzt investieren? Der hat mir ja gar nichts gesagt. Ja, ist ja gut hier. Ich hab Gold gemacht. Ich freu mich total. Äh... Ja, 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 ja. Aber es gibt direkt noch einen letzter Auftrag. Komm, dann machen wir den auch noch. Ich will nicht schon wieder so auf die Fresse fallen wie letztes Mal, ey. Wobei, diesmal hat er mir ja wirklich überhaupt nichts gesagt. Guck mal, Läster und Läster. Könnte was mit Läster zu tun haben. Auf jeden Fall haben die diejenigen dann zu Hause besucht. Also Galileo, die... Die Online-Menschen. Die YouTube-Menschen. Und haben, äh, sich dann so erklären lassen, was die machen. Und, äh, wieso der, der Alltag so ein bisschen aussieht. Und war, meiner Meinung nach, ein ganz, äh, wirklich guter Beitrag. Der wurde nicht bei Jay in seiner eigentlichen Wohnung gefilmt. Wo, er geht ja in Gießen zu Uni. Sondern der war zu dem Zeitpunkt, äh, bei seinen Eltern. Weil der aktuell so ein Praxissemester hat. Und da zu Hause wohnt, weil der in der Nähe seines, seiner, seiner Eltern, äh, halt arbeitet. Nämlich in der Klinik seines Vaters unter anderem. Aber, ähm, deswegen war er halt bei seinen Eltern. Und die wohnen halt, äh, in unserem Heimatdorf Weze. Auf so einem geilen Hof. Und da mussten die natürlich auch mal direkt was draus machen. Da haben die sich natürlich zufällig getroffen, während Jay gerade Kühe, der Esel füttert. Das war so geil. Äh, ja, hat Jay halt auch erzählt, wie absolut realistisch und absolut überhaupt nicht gestellt das war. Niemand wird mir helfen. Ey, das kenne ich doch schon. Geht raus und helft mir. Bitte, Herr, er wird sterben. Er ist alle rote und drüben. Ich bin schade. Wir müssen ihn zu... Okay, doch... Das kann ich ja schon. Wie peinlich ist das denn? Jetzt wiederholt sich das hier schon. Oder habe ich irgendeinen falschen Speicherstand geladen? Kann natürlich auch sein. Jedes Mal, wenn ich so mexikanische Musik höre, muss ich halt an diese Breaking Bad-Folge denken. Aber ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt. Von daher, vergesst das, dass ich das jetzt schon wieder wiederholt habe. Ist das furchtbar, wenn man sich irgendwann wiederholt. Einfach nur... Ich hasse eigentlich so Leute, die sich wiederholen. Aber naja, dann hasse ich mich halt selbst. Glaub ich jetzt hier die... Ah, da ist es. Es ist mir, dog. Wo sind wir? Wir sind Enzo Benelli. Mafia-Guy-Turnd-Real-Estate-Developer. Er hat seinen Weg nach einem halben von den Kontrakten in Los Santos gegründet. Extortion, murder, labor-racketeering, du sagst. Es gibt keine Konstruktion-Werker in der Stadt, die sich jetzt ein lebenswertes Wagen an. Und Gold Coast-Development ist, wenn man sich untertämpft. Und lass mich sagen, du hast eine persönliche Interesse in Gold Coast, richtig? Wer denkt, dass du das schon gemacht hast? According zu Benelli's Telefon, er ist in der Konstruktion-Site in der Stadt. Ist doch ein kleines Problem. Mein Schmerz schwealt. Benelli ist erwartet, einen Halt. Schau dir selbst und geh auf, er hat viel Muskel. Gold Coast. Guck mal, ist sogar gerade gestiegen. Gerade bei 191 ist es eigentlich voll hoch. Egal, wir kaufen da jetzt wieder mit allem, was wir haben. Und während der Mission können wir wahrscheinlich nicht in die anderen wechseln. Dann müssen wir uns gleich mal wieder beeilen. Ah, wir können eine ganze Menge Aktien kaufen. So. Yes, bestätigt. We have no money. We are so poor. We are the black guy from GTA. Wir sind Franklin, bitches. Und wir fahren mit unserem geilen... Ich find solche... Ich weiß gar nicht, wie diese Karren jetzt genau heißen. Oder von welchem Autohersteller die normalerweise sind. Aber du hast das total häufig, dass in amerikanischen Filmen gut Betuchte, sag ich mal, mit solchen Cadillac-artigen Autos durch die Gegend fahren. Ich find die so hässlich. Das ist der Hammer. Also ich weiß, wenn ich Kohle hätte, diese Art von Kohle, dann würd ich mir doch niemals so eine Karre kaufen. Weil meinst du, was für eine geile Karre man für das Geld bekommt? Oh, okay. Verstehe. Wie machen wir das denn jetzt? Ich würde mal sagen, auf die recht klassische Art und Weise. Oh, viel klassischer wird's ja nicht. Oh, die kommen einfach schon. Wie frech. Hab ich nicht ne andere noch Waffe? Aha. Schon besser. Links von mir ist noch einer irgendwo. Ist der unten? Ich seh' den nicht. Hä, wo ist der? Der soll auf... Ah, verstehe, warte. Okay, der ist down. Kommt von da noch irgendwo einer? Autsch. Ich hab's denn noch nicht gesehen? Doch, da. Noch läuft's, O-Cat. Ich wusste, dass irgendwas passiert, wenn ich das sage. Noch läuft's. Erstmal auf die Fresse bekommen. Erstmal in die falsche Richtung schießen, sagst du? Ah, da unten ist er. Hat der mir noch einen mitgegeben, ey? Ich raste aus. Aber wie gesagt, ich bin noch raus. Okay, dann wollen wir mal da hoch. Oh Gott. Damit hab ich nicht gerechnet. Mir geht's irgendwie gerade gar nicht so gut. Hey, what the fuck? Äh, Rückzug. Die stehen quasi gerade auf mir. Ja, someone's been hit, bitches. Komm, wie wär's mit noch einem von euch beiden? Von euch dreien insgesamt sogar. Ich kann bis da schlecht ne, ne... Ja, das ist jetzt natürlich ein geiles Duell. Das kann natürlich jetzt schon wirklich einiges. Ach, weißt du was? Hä, von wo? Ne, der soll weiter unten sein. Ich muss hier sein. Der ist umgefallen, der ist umgefallen. Ich muss die Chance nutzen. Ah, der ist down. Er ist down, er ist down. Und uns geht's nicht so gut. Aber wir machen das jetzt. Oh, hier kann ich gar nicht hoch irgendwie, oder? Ah, hier. Okay. Ich hab doch Dingens gedrückt, um den Aufzug zu... Aha. Ach, wie sie uns einfach abgeschossen haben. So, Moment. Wenn der jetzt in der Nähe von einem Chopper ist... Oh, ich kann meine Waffen nicht wechseln. What the fuck? Ich will aber vorbereitet sein gleich. Einen Chopper direkt abschießen. Gefällt mir jetzt gerade überhaupt nicht. Muss ich hier noch weiter durchkämpfen. Das ist so cool. So, ich seh' euch komischerweise nicht. Obwohl ihr eigentlich ganz nah sein müsstet. Ah, da hinten. Ich spiele nicht hier. Where the fuck is Benelli? Aha. Hallo, Freund der Sonne. Eigentlich bin ich hier. Hä? Was ist denn das für eine Deckung? Weg da! Franklin, ey, du bist aber echt im Pro. So, war's das? Oder kommen jetzt noch Überraschungen? Ja, ich sehe dich, Arschloch. Ja, du bist mir jetzt. Wer der fuck ist mir verletzt? Vorsichtig. Okay, easy. Entone wird so viel Fals für das. Sehr... Oh. Noch ist alles easy. Noch ist alles easy. Wir müssen eine weitere Etage nach oben. Komm schon, jetzt drück den verfixten Schalter. Verfixten! Diesen verfixten Schalter! Ja, genau, Franklin. Dann hat man nach. Dann bist du vorbereitet. Dann geht's ab die Post. Zieh schon mal? Ne, ich kann nicht ziehen. Ach, damn it! Okay, ich bin auf alles vorbereitet. Ich trau mich gar nicht, in die andere Richtung zu gucken, weil dann sofort was abgeht. Oh, shit! There he is! Stay on Enzo! Ja, das musste natürlich als erstes passieren. Keine Frage. Ja, wie soll ich denn jetzt das Gebiet verlassen? Kann mir das mal jemand sagen? Oh, ich hab ne Idee. Alles klar. Warte. 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 Wovor spricht denn hier am besten runter? So, hier. Wuuu! Hey, man, Adi! Hahaha, sind wir cool! Jippidu! Was geht, Leute? Erstmal auf dem Bus landen, sass du? Oh, das hat nicht so ganz geklappt. Hahaha! Mein Vorteil, gegen den Fußlaufen zu fliegen. Ja, oh my god. Ah, mein... Ich weiß, wir müssen das jetzt schlafen lassen. Way too much heat. Very nice work, Franklin. Ja, 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 kommt, deine Mutter stinkt nach Magie. Deine Mutter stinkt nach Magie. Mach den Scheiß weg, damit ich wechsel kann. Deine Mutter stinkt nach Magie. Ich will meinen Charakter wechseln! Alter, ich drück die ganze Zeit den nötigen Button dafür so. Wie viele Stunden vergehen eigentlich, wenn man den Charakter wechselt? Man weiß es nicht. Ich weiß es zumindest nicht. Was war das jetzt? Irgendwie Gold Coast oder so? Auf jeden Fall im L-SCN meine ich. Ja, komm, ich brauch jetzt hier keine verwichste Zwischensequenz. Ja, 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 ja. Ich hab voll die Albträume. Ich würde auch voll mit einer Waffe schlafen. Das ist total sicher, hab ich schon mal gehört. Da passieren nie irgendwelche Unfälle, wo jemand zu Schaden kommt. Na, da freut er sich der Michael. Oh yeah, baby, yeah. Ich bin voll die coole Sau. Oh, ich hab' nen Anzug an. Internet hab' ich auch auf meinem Telefon. Merk. Gold Coast. Jetzt, oh, guck mal, wie viel. Oh, ich hab' schon so viel verpasst. Das wären ein paar mehr Prozente gewesen. Wenn ich das vor dem Auftrag gewusst hätte. Wie viel Geld haben wir denn? 1,6, ja. Ich denke mal, wir machen immer noch Profit. Bestätigen. So, und dann noch zu dem Mutant Trevor. Beziehungsweise, der ist ja nicht wirklich besonders gut. Wo ist er eigentlich? Mein Gott. Hä, wo bist du denn, Trevor? Okay, wir haben jetzt gerade keine Zeit zu verlieren, fällt mir gerade mal so auf. Diese Kunden waren jetzt wahrscheinlich schon wieder wertvolle Hunderttausende. Hunderttausende. Nein, nicht mein Portfolio, du jenen Noten. Gold Coast. Kaufen. Aber wir haben immerhin auch 600.000. Ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass wir mit, äh, mit Trevor sehr, sehr wenig Geld nur haben. Müsste das nicht auch voll, äh, erstaunlich sein, dass jemand erstmal richtig, erstmal für 1, was weiß ich, wie viele Millionen Aktien kauft und dann auf einmal jemand stirbt. Da würde ich als Polizei ja nochmal doppelt nachforschen. Ja, Trevor, du bist echt ein behindertes Stückkot. Ich möchte nochmal kurz, einfach nur der Geilheit wegen, nochmal kurz nach Franklin, um zu gucken, äh, wie viel Kohle der hat. Jetzt schon, theoretisch. Internet. Äh, ja, ist egal. Der Gewinn liegt mittlerweile bei einem Viertel. Das sind immerhin mittlerweile 400.000. Na, das ist eigentlich egal, wohin ich gucke, das ist immer so. Ja, da warten wir aber nochmal ein bisschen ab. Und jetzt gehen wir zu dem einzigen, der noch Aufträge hat und das ist mein guter Freund. Was für eine bescheuerte Art und Weise, Michael auszusprechen. Holla die Waldfee. Aber wenn jetzt wieder irgend so eine behinderte Zwischensequenz kommt. Äh, ne, alles klar, sehr gut. Okay. Ja, hier kann ich ja noch gar nichts irgendwie, irgendwelche Punkte platzieren. Ja, ja, Spiel sichern. Wo komme ich denn jetzt hier nochmal? Weg da. Hier. Weg mit euch allen. Denn ich will zu Salomon. Ich will endlich diesen Film realisieren. Ich höre einen schnellen Wagen. Ich höre einen schnellen Wagen und sehe meinen eigenen nicht. Deswegen will ich ihn haben. Was ist das für einen? Habe ich mir den gekauft? Ne. Ach, das ist der. Oh mein Gott, stimmt. Das ist ja der, der meinen Sohn aufgepimpt hat. Das sind, glaube ich, die geschmacklosesten Felgen, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Und ich habe schon ein paar geschmacklose Felgen gesehen. Denn ich habe damals auch Need for Speed Underground gezockt. Da waren auch Dinger dabei, ey. Heule da, die Waldfee. Stopp. Stopp. Ich liebe diesen Wagen einfach. Ich weiß nicht, wieso, aber ich liebe ihn vom Aussehen. Ich finde ihn so unfassbar hübsch. Gib mir einen Ratsch. Vergiss mich. Es ist wie das Universum. Ich kann es nicht ganz erklären. Aber. Na, guckt ihn euch doch mal an. Guckt ihn euch doch mal an. Ah. Irgendjemand war letztens so freundlich, den Wagen quasi mir auf die Facebook-Seite zu posten, von dem dieses Auto hier abgeguckt ist quasi, oder nachgemacht ist. Und das ist der Maserati Gran Turismo S, glaube ich. Ich habe mir den noch nicht so hundertprozentig genau angeguckt, muss ich zugeben. Ich habe einen Schöne, 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 schöne! Der Großart. Wir hatten ein Verkauf. Wir hatten ein Verkauf. Hey! Geh, Johnny. Hey, du bist ein paar Schöne, schöne. Wir haben einen Schöne, einen Schöne. Wir nehmen das. Wir haben einen Verkauf mit ihm. Just über. Bitte, holen die Schöne. Das ist ein Wagen. Ja, was? Hey! Hier ist ein Schöne, der könnte sich zurückzuhren. Jetzt muss ich so ein behindertes SUV fahren. Ich hatte gerade die hübscheste Karre im Spiel. Oh Gott. Jetzt muss ich mal ein SUV auch noch durch so ein behindertes... Ah ja, okay. Filmgelände ist vorbei. Okay, Freunde der Sonne. Jetzt gibt es nichts mehr zu lachen. Jetzt ist Michael hinter euch her. Und das bedeutet... Guck mal, wie komisch fahren die denn auch? Was können die eigentlich? Können zurückschießen, fällt mir gerade mal so auf. Elektroschocker will ich nicht benutzen, unbewaffnet will ich nicht benutzen, Pistole wird es nicht benutzen. Hä, hab ich keine... Ah, fuck it, wir machen das schon. Ah, fuck it, wir machen das schon. Wie möchtest du mich jetzt? Die hat hier aber noch gelebt, what the fuck, ey. Hab ich keine MP mit dem? Ah, nur die Sturm, das ist natürlich nicht hilfreich. Jetzt hab ich so eine hässliche Kackere hier. Na egal. Salomon freut sich wahrscheinlich. Gibt es jetzt hier nochmal sowas wie eine Telefonate oder so? Ah, ich wollte schon sagen, so what the fuck, wieso passiert nichts? Ich bin nur ein Paraplegiker, aber du kannst nichts fühlst. Ah, ja, du hast mir sohlt. Rumrunner. Aber, äh, sprich von accidenten, die Leute haben einen. Oh, wenn wir nur 20 Jahre alt haben, Michael, vielleicht wäre ich nicht in diese Scheiße. Ja, du und ich beide, brother. Der ist sogar in diesem hässlichen Grün. Eine absolute Augweide. Rupen wir mal ein bisschen rum. Wollte noch ein bisschen mehr hupen. Einfach immer alle anhupen. Erst die Leute anfahren und dann anhupen. So, hier jetzt. Hm, wo muss ich denn hier rum? Ja, wunderschön. Auch noch perfekt und gerade eingeparkt und überhaupt nicht schräg. Nein, nicht die fette Sniper rausholen, wenn wir unseren Kollegen besuchen, den wir bewundern. Rockford Hills. Komm in! Komm in! Danke, danke, danke. Ja, es ist so, dass ich vielleicht aus dem Film-Business verabschiedet habe. Oh, mein Freund, du bist ein sentimentale Thug mit 0 Artistic Training und nichts interessantes zu sagen. Ich würde sagen, du bist überqualifiziert. Anyway, shut up and take a look at that. Oh. Oh. Fucking A. Feels good, doesn't it? Feels like I've finally done something with my life. Actually done something. A movie. Welcome to Showbusiness. Nothing but make-believe will ever feel quite real again. Hahaha. Alright, Michael, come on. Let me show you some rushes. I think you're gonna love it, but it'd be great to hear your notes. Hey, Baby. Oh, wie er sich freut. Okay, lassen wir mal den olivgrünen Scheiß da machen. Ja, 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 ja! Brauchst du deine Mutter, Junge? Warte mal eine Sekunde. Sehe ich da ein Alien? Yes, sir! Oh, das war die falsche. Ich muss das Alien töten. Das Alien, es greift die Menschen an. Oh, ich krieg von der Small. Das Alien macht sowas von viel Damage. Ich muss fliehen! Warte mal. Fuck! Ah! Nein! Und dabei habe ich so jemand mit meiner so geil Ei gefangen. Hahaha. Oh nein. Das Alien hat mich getötet. Ich bin zu... Ich bin... Nur Frauen können gegen Aliens bestehen. Dammit. Dann werden sie irgendwann auf den Pandora-Planeten gehen. Hahaha. Das ist jetzt voll der... Voll der Insider. Wobei, für die Leute, die Aliens und Avatar gesehen haben, ist es wahrscheinlich jetzt auch nicht so der krasse Insider. Voll gut, wenn man so wenig Geld hat. Wie wenig Geld man dann verliert, wenn man stirbt. Ist das vorne wieder ein R8? Auf jeden Fall ist es, glaube ich, irgendeine Audi. Ich weiß gar nicht. Was ist es? Was ist es? Das ist gar kein Audi. Okay, okay. Let's all take a deep breath. Ach, das ist Bramens Karre. Ähm. Die Karre fährt Bram, äh, die Karre fährt Bram, äh, wenn er... Oh nein, das ist auch nicht. Deswegen sage ich Bramens Karre. So, haben wir nicht mehr so viele Aufträge irgendwie, oder? Dann fahren wir doch mal, äh, zu unserem guten Freund Lester. Oh nein, 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 keine guten Vibrations hier bei mir. Hier gibt es überhaupt gar keine Vibrations. Wir bleiben hier jugendfrei. Ach, so. Das heißt, es müsste dann jetzt quasi eine, eine Hauptstory-Mission sein. Aber ich weiß nicht mehr, was wir... Ich weiß ernsthaft nicht mehr, was wir im Lester vorhatten. Ich weiß auch gar nicht, wie der aktuelle Stand ist mit allen und sowieso... Offenbar leben sie zumindest noch alle. Ist schon mal gut? Ja, die Karre steuert sich aber auch echt gut, die Bram naht. Muss ich sagen. Blöd, dass man die Abdeckung nur beim Stehen runter machen kann, ey. Das ist doch voll scheiße. Wäre doch voll gut, so bei 100... 100 kmh oder so. Ist doch voll realistisch, wenn man dann so sein Stoffdach runter packen kann. Guck mal, die Polizei hat einen da gerade vor... Guck mal, wie ist er hier? Meinst du, du bist cool oder was? Meinst du, das kann nicht nicht oder was? Ja, deine Mutter kann das nicht. Ah, hier, guck zu. Guck zu. Guck zu, wie ich es runterfahre. Ha? 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 Jetzt wollte ich ihn gerade geil buzzen, aber das hat leider nicht funktioniert. Lester! Es geht ab! Geile Sau! Es wird mal wieder Zeit für einen geilen... Oh, ich habe nur einen kleinen Jobdiskuss. Siehst du, wir werden etwas wirklich, wirklich schlecht machen. Also, ich muss mich als ein properer Textilmagnet präsentieren. Also, du hast nichts gemacht? Nichts sieht mehr in Amerika aus, als jemand, der etwas vorbereitet hat, um etwas zu machen. Ha, 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 ha. Was ist das für dich? Oh, hallo, Traver. Wir haben ein paar Probleme. Brad. Ja, was noch? Ja, so, anyway, die Union Depository ist aufgrund für heute. Wir können es nicht ohne ihn, besonders jetzt, dass er weiß. Danke, dass ihr hier seid. Ihr allein? Davey, wo ist dein Freund, Steve? Er ist auf dem Weg. Ja, sie sind hier. Hey, listen. Die Scheiße ist über die Fan. Unsere ganze Leben zusammen, es ist nichts, aber eine Reihe von Fans und Scheiße. Sort das Problem aus für mich, und ich werde Mr. Leisure-Ware auf deinen Bein. Und wenn wir nicht? Dann werde ich in den Jäuel, und du wird getötet. Ah, mach dich, Dave. Ich habe das alles gehört. Hm, wie kann das so sein? Was? Irgendwie will ich den Typen töten. Also nicht Dave, den anderen. Dave ist auch ein Motherfucker, aber die sind alle irgendwie Motherfucker. Sieht das jetzt richtig, dass wir ein FIB-Gebäude einbrechen müssen?